Es heißt, der Führer wird heute noch Klausewitz ausgeben. Hevel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Die spätere Abend ist der Lieber. Die Gäste... Seien Sie vorsichtig. Das ist Landesverrat. Was macht Sie denn so sicher, dass Sie alliiert mit Ihnen verhandeln wollen? Es heißt, der Führer wird heute noch Klausewitz ausgeben. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Jeder in der Umgebung des Führers weiß, dass das ein Hirngespinsel ist. Fantasie! Ich würde mich wundern, wenn er selbst daran glaubt. Schau hier, du impotent junger Pupp. Es würde nicht so schwer, dass Sie von Ihrem Bewusstsein ausgeben haben. Wir hatten eine schwierige Woche. Ich bin entschuldigt, aber glücklich. Guten Abend, Junge. Guten Abend. Das ist richtig, Finn. Ich bin nicht so schwer, als Sie ver bleibenden. Es ist richtig, als Sie das sind. Hast du mich? 端! Hör! Ah! Hey, Jake? Ja? Ja? Kann du sleep? No. Ja, was going on with that? I dunno, but... I've got the strangest feeling... ...that we're being watched. What the... Look, man. Schmauzow! Look at that! This is not Pleasure Island. Oh, hello. I am Pinocchio. Haha, you're wonderful! Oh, please help me! I go home! 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 This is your sanctuary. I'll help you, Pinocchio! Dude, how are you gonna bring this fella back home? Yes, Jim, that's it! Do you have any cool talents, P-C-O-G-O? I can move! Umm... Hey, Finn, teach him how to jiggle! Alright! Baby! Mmm! I know what you need! What's that? You want your little baby socks? For your little baby feet? Woo! Schmauzow! Don't go show us that town! Woohoo! Whee! I'll show you all the moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. I've got them moves like Jagger. No! No! It's awful! It's awful! It's awful! It is the worst. It is one of the worst thing I have ever seen in my entire life. Until this person came along. And you are? Pinocchio! Ah, yes! I've got no strings to hold me down. I've got no strings to hold me down. To make me red, make me brown. I hit strings. Meanwhile... The enemy operates now at the north of the city, between Fronau and Pankow. And in the east is the enemy reached Lichtenberg-Marz-Dorf-Karlshorst. With the attack of Steiners will everything in order. My captain... Steiner... Steiner... ... ... ... Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Nein, 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 nein! Was alles soll ich von diesen Judenschweinen noch ertragen? Schlachten meine Männer ab wie fliegen! Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der, der meine Männer mit einem Prügeltod schlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein! Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, dann schliefen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben ersteinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind, dann bringen Sie sie mir! Ihr werdet nackt an Ihren Füßen am Eiferturm aufhängen und sie ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an ihnen mästen! Es bleiben im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Bogdorf. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganze Rapper erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne, jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, erfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ja, ich weiß, das heißt, ich habe kein Herz und ich gehe zu hell, oder was auch immer du sagst, aber ich einfach nicht mag diesen Mann! So, der hat uns daran hindern, selbstständig zu denken? Rich! White! Stupid rich! Was macht sie denn so sicher, dass sie alliiert mit ihnen verhandeln wollen? Seid sie vorsichtig! Das ist Landverrat! Wait a minute, so you're saying that I sang Pinocchio, Jake, and Finn before the sing-song bandwagon, I'll give us a million dollars? I bet it. What's it say? Hold on, still converting the lightwaves into brainwaves. Ah! She's into it, dude! Sweet! This is gonna be the best day ever! Let's go get the go! Oh, I'm sure he's fine. Time for Lemonade and Cracker Jack! Casey Jr.'s back! Casey Jr.'s back! It's dark, huh? Hey! Bye! See, I'm glad to see ya! What? What happened? Nog was mad! And just cause I'm a gold brick, he's gonna chop me in the firewood! Don't worry, I'll get us out with KeyHan! Ha ha! Goodbye, Nog! You're safe! Again. Seriously, P-K-K-K-K-K, you get in trouble way more often than you should. I'm going to school. I'll make good this time. Ah, so this is the gallant Finn and Jake home from the Prefort. Well, this is it, buddy. Don't worry, Finn. We'll take good care of him. Goodbye, Finn. Goodbye, Jake. The adventure was super creepy. You said it. That was a nightmare. Thank you. Huh? Who are you? I'm a penulted conscience. Were you this whole time? Now, don't you worry, son. I wasn't seeing all that happen. Hm. So now what? How are we gonna get back to our house? We take the one path that we would never expect us to take. The train. Give me a fool. Give me a fool. No, you're not! I'm pretty. You won't do it here. You won't do it here. I'm pretty. You won't do it. I'm yeah. You're a idiot! Untertitelung des ZDF, 2020